Mahlzeit! Moin! Ich bekomme 10 Booster Packs! Das macht dann 50 Euro. Oh Mann, ich habe mein Geld vergessen! Dann gibt es heute keine Pokémon-Karten für dich. Oh Mann, können wir da keine Ausnahme machen? Nein, kein Geld, keine Booster Packs. Na dann, töddelü! Ciao! Ich werde sie mir einfach holen, so sieht es aus. Hi Micha, ich kaufe mir heute Fortnite-Karten. Mahlzeit, perfekt! Ich hole mir gleich Booster Packs. Geil! Na ja, ich habe es ein bisschen eilig. Bis dann! Töddelü! Er lenkt gleich den Verkäufer ab und ich schnappe mir die Booster Packs. Perfekt! Hi, ich bekomme 20 Fortnite-Booster Packs. Hi, kein Problem, das macht dann 100 Euro. Hast du so viel Geld? Ja, hat mir meine Mama gegeben. Okay, oh, der 100 Euro-Schein sieht aber ein bisschen komisch aus. Der ist wie jeder andere auch. Hm, okay, dann hier. Danke, ciao! Ciao! Halt, was hast du da? Ähm, nichts. Dann zeig mal her. Ist es nicht das, wonach es aussieht? Diebstahl, wir müssen deine Eltern anrufen. Oh Mann! Micha, du hast geklaut. Geht's noch? Ja, ich weiß, es war ein Fehler. Es tut mir ja leid. Das gibt richtig Ärger. Wir könnten noch einen Praktikanten gebrauchen. Er kann die Strafe abarbeiten. Das klingt gut, das machen wir. Oh Mann, gar kein Bock.